Sollte nicht so mal dran stehen. Nö, nicht. Ich bin zu klein, kommen da nicht ran. Das letzte Mal kommen wir auch von der anderen Seite. So gut. Dann auch zurück. Wenn die Hüte wenigstens auch Geräusche von sich geben würde, so im Controller so. Hier, ich bin voll in der Nähe. Das wäre schön. Da versteckt sich nichts. Okay. Schießt du auch, danke. Gut. Nö. Fertig. Man, muss ja auch mal andere Wege nach oben testen. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Those are torts. Ah! Wo! Ich glaube, sie sollte offen sein. Gut. Aber dann waren wir hier auch schon. Hm. Kann ich mit den Heuhaufen kaputt machen? Jo. Yeah. Ich muss mal schreien. Hier lag unser Freund, der Bulle. Hm. Da drin war nichts mehr. Hm. Hm. Was ist passiert? Also entweder hat Mikro sich wehgetan oder ihm ist irgendwas eingefallen. Ich glaube, du hast noch was mit Schreien gesagt. Achso. Schreien. Nicht schreien. Schreien. Ach ja. Ach ja. Da unten ist auch nichts. Hm. Hm. Da ist noch was zum kaputt machen. Wo war die Pflanze dafür? Kein Plan. Oh. Da. Nein, ich war schuld. Hä? Meine Ruhe. Ich bin gar nicht schuld. Schein. Tja. Kein Hut. Nur Hut. In der Hütte war ich auch mittlerweile schon. Oder? Ich weiß. Ich weiß. das war knapp das gefühl okay vielleicht auch die sollte auch eigentlich offen sein ich habe keine Ahnung Ich glaube, da geht's nicht in den Wasserfall rein. Hoffentlich. Hier waren wir aber auch schon drin. Wir könnten noch mal in die eine Untergrundhöhle, aber ansonsten war die, glaube ich, überall, oder? Okay. Ich kann hier noch mal gucken, ob ich in den Wasserfall reinkomme oder sonst. Nö, der spült mich weg. Nö, hier ist nix. Na gut. Habe ich mir auch gedacht. Aber vielleicht hätten die Entwickler ja gewollt, dass du das denkst. Eigentlich geht's da voll rein. Aber du denkst nur, da geht es nicht rein. Guck mal, du gehst da. Entschuldigung. Was lernen wir daraus? Wenn der Brückentroll weg ist, lässt er immer seinen Loot lieben. Guten Tag. Da oben war ich auch schon, ne? Oh, nee. Ja, da oben war ich. Und auch noch. Geh noch mal in die eine Höhle und ansonsten müssen wir wann anders suchen. Okay, schau dir ins Dörr. Ja, ich muss auf die andere Seite, ne? Das passt schon so. Nein. Oh, nee. Komm ich denn da hin? Ah. Vorsicht, vor fliegenden Felsen. Oh, nee. Komm ich denn da hin? Ja, so ungefähr. Nur irgendwie schneller. Ach so. Ach, Mist. Toll. Ich muss auch anschießen, wenn ich draufstehe. Oh, oh. Fallen Versuch wert. Ha. Oh, was cool war da oben noch nicht. Guten Tag. Hallo, Kiste. Oh, hallo, Kiste. Boot. Yeah. Oh, ein Herbsthut. Oh, hallo, wie? Huh, das war klar. Kiste ist offen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man von hier irgendwas machen kann. Als ob hier einfach gar nichts wäre. Hm. Ups. Da lang. Da geht's runter. Da oben hatte ich nicht nochmal geguckt, ob da was ist, ne? Nee. Hier kann ich meditieren. Aber hier ist kein Hut. Trinken. Äh, ich muss mir erst was einschenken. Sekunde. Uno momento. Da. Da-daa. Du wierst nichts? Scheiße! 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 Neee! Oh! Ach! Was ist die Blume? Ich hab mich heute gar nicht gesehen! Wie Blume! Ja, das war's schon. Spannend. Keine Küste. Spannend. Spannend. Toll. Der Blume konnte sich Babyshark leisten. Ja! Kann man nur mit dir haben. Du holst dir ja auch immer im Ort. Guten Tag! Hast du eine Küste? Eine Küste? Eine Küste? Küste! Nein? Ja? Nein? Okay. Ja, nein, vielleicht? Nein? Okay. Neira, schenk doch mal ein paar deiner Punkte. Wenn das gehen würde. Wenn das gehen würde. Wenn das gehen würde. Oh, da unten versteckt sich nichts, ne? Das wäre halt voll dämlich. Nein. Okay. Da ist eine Menge Licht. Aber keine Kiste. Da geht es sehr weit runter und das ist ein fetter Wasserfall, ob sonst. Ah, ich weiß, wo ich bin. Könnte ich eigentlich hoch? Wieder hoch. So eine Kiste. Hier waren wir eben. Toll, oder? Wieder hoch. Aber hier gibt es keine Kiste. Vielleicht habe ich dann mal die Chance, sich mit den Punkten einzuholen. Nein. Der war gut. Da unten ist auch nicht so schade. Wo ist dieser blöde Hut? Da unten? Oh, gar nicht. Da unten auch nicht. Mikro gönnt sich erst mal VIP. Oh ja. Gönn dir, Mikro, gönn dir. So nix hinter dem Wasserfall versteckt, ne? Nee. Okay. Ich habe mir schon fast 1,5 Mal VIP gönnt. Oh. Hm. Noch jemand ne Idee, wo der Hut sein könnte? Das ist einfach ein Durchgang. Den habe ich einfach nicht aufgemacht. Dämlich ist das denn? Oh Mann, ey. Das ist auch dämlich. Was? Macht mal auch da. Wie sieht denn der Hut aus? Weiß nicht. Okay. Ich probiere halt die WLAN-Verbindung. Okay. Können wir da runter? Ist da rein? Nee, nicht da drunter. Da unten rein. Krieg ist der? Ist das eine Novelle und nicht das ganze Internet weg ist? Ja, eben. Die wird demnächst eher ein WLAN angeschlossen. Die wird auch kein WLAN. Toll, hier war ich auch schon. Nö, jetzt nicht, du. Also, ich habe auch genug gegen euch gekämmt. Wo ist das? Da läuft's nicht. Hm. Wie geht's zu gut, oder? ich bin mir hier am umgucken Hier war ich auch schon. Ich will da auch einen Bollhut und meinen Hut und das reimt sich, weil ich bin gut. Und ich brauche einen Hut-Hut und dringend Hilfe. Ja, das sieht man als Feld. Was ist das hier? Danke. Danke. Danke.